Ich muss aufhören so viel zu reden wie Tattl, weil ich Angst habe, dass ich wieder als Faker beleidigt werde. Das Thema hatten wir erst gestern. Schalko. Was? Schalko. Das Thema hatten wir erst gestern, Estrao, ne? Hallo, hallo, hallo. Hallo Leute, ich war nur ne Sniper. Alter. Was ist eigentlich das hier, was macht das? Das ist dann doch. Ey, Estrao. Mein Haus. Ist das immer nicht nett? Mein Haus. Estrao hat gerade die Brücke zerstellt. Estrao. Warum hast du die Brücke zerstört? Ich glaube, er will alleine sein. Lass mich mal hier durch. Ich gewag euch nicht. Ich geh zu dir. Ich komm zu dir. Und wenn du überschießt auch meine Brücke, dann ist Estrao. Wenn jetzt meine Brücke stirbt, dann ist Estrao. Ich komm einfach hoch. Meine Brücke überlebt. Oh fuck. Seid ihr morgen auch auf den Server? Was? Kann man hier diese Holzbrücken kurz... Lass mich hoch. Lass mich hoch. Weil der Server ist immer leer. Ja. Ähm. Ja, weil... Wir wollen das, wenn man auf dem TTT-Server spielt, auch im TS ist. Ja. Was uns keinen Sinn macht. Nein. Du weißt schon, dass das eine Brandgranate war? Das war keine Brandgranate. Ich habe die Brandgranate noch in der Hand. Gut. Weil morgen würde ich dann auch aufnehmen. Morgen würdest du auch aufnehmen. Wer ist du? Aber heute habe ich zu wenig Zeit. Wer ist du? Hey, sehe ich dir einen Discombulator? Ah! Wer ist da? Ist das ein Discombulator? Elementic? Hey, schmeiß den Discombulator mal da runter. Schmeiß ihn mal zum Brickhaus gleich, wenn da oben Flammen drauf kommen. Schmeiß ihn mal zum Brickhaus gleich, wenn da oben Flammen drauf kommen. Wow, 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 nicht schon wieder. Schmeiß ihn jetzt mal zum Brickhaus. Hey, wer hat den Discombulator geworfen? Elementic? Ich habe nichts geworfen, ich habe nur noch Hälfte Leben. Das war ein Discombulator. Warum hast du ihn angehittet? Weil er den Discombulator geworfen hat. Ich habe eine Smoke Grenade geworfen. Das war ein Discombulator. Ich habe den Discombulator geworfen. Warum ist Elementic rounded? Wo habt ihr den Discombulator hin geworfen? Weil ich habe Paddy Guard auch befohlen da. Atem zieht auf mich? Hey. Da ist jemand tot, da ist jemand tot. Verdammt. Das war es doch. Oh oh. Atem zieht auf mich. Der ist ja die ganze Zeit im Camp. Das probiere ich gerade. Also es ist nicht Paddy, es ist nicht Royal A's und es ist nicht Star-Lord. Irgendjemand hat Kaminavin P geschossen und es war nicht aus nächster Nähe. Aber ich kann es sein, oder was? Test. Hallo. Wenn du deinen Start machst, machst du auch so ein cooles Intro, oder machst du einfach nur AHHHHH! Ich nehme es auf. Ja, ich mache dann ein Intro. Atem ist schlau. Das steckt mir auch noch Internet. Ich untersuche mal Atem. Oder Elementic genau. Elementic ist tot. Aber Atem ist nicht hier. Ich glaube auch, dass es Atem ist. Von was wurde Elementic? Atem ist dann in Turm und Camps. Mit welcher Waffe? Sniper. Kommt es. Atem. Ja, und Atem ist die letzte Person, die ihn gesehen hat. Atem. Sie möchte ich sehen. Komm her. Oh, könntet ihr mal kurz ruhig sein? Kurz nur. Was? So ruhig so? Nee. Nee, weil ich irgendwie will das grad nicht. Ähm. Also, Freds will TeamSpeak nicht aufnehmen. Natürlich. Grad wird einer. Okay. Ich hoffe einfach mal mein Freds nimmt TeamSpeak nicht. Art hat einer gesniped. Ja, ich... Atem kommt da hinten rum runter. Und er ist wounded. Na gut. Ich hab ihn getroffen. Erschießt ihn. Erschießt Atem. Go. Ihr habt mein Go. Wenn ihr Atem erschießt, ist vollkommen Zwickle. Zwickle. Also, ihr dürft... Ah, da hatten wir... Das war ABP, ne? Das war ABP und da ist jemand grad von dem Ding runtergefallen. Aber der Schuss kam auch von da. Äh, Starlogs? Ja. Lol. Bist du's? Nein. Ähm, Leute, Atem warf mich, er ist innocent gewesen. Was? Atem ist tot. Also, ich hab ihn grad getötet und er warf mich. Leid, es wurde grad... Ähm. Hä? Von wo? Von wo, ey? Hä? Ey, du, du, du. Paddy, Paddy. Hä, willst du ein Geschenk haben? Guck mal. Ja, das ist super Geschenk. Ja, find ich auch. Na, Leid wird grad erschossen, ne? Was? Von wem? Wo ist deine Leiche? Aus deiner Richtung. Hier hört grad was aufgemacht. Hä? Ich glaub hier ist nicht. Und warum liegen überall Leichen? Hä? Hä? Hast du das Fass erstellt? Warte mal, wer lebt überhaupt noch? Echt? Du lebst? Ich lebe? Wart mal, hast du grad das Fass erschossen? Nein. Wow! Ich... Äh, ich glaub nicht, dass ich das war. Ich kann mich gleich wieder zurückhalten. Ich bin halt tot und lach nur ich. Ich bin ein Geist. Ich bin halt sehr schön. Ah. W empf... Wetten der Campy? Mit der Sniper-Sohn neben millioner Hau. Um Deckel. Okay. Nein, nicht. Okay. Der war doch jetzt nicht gerade da, oder? Die gleiche Situation hatte ich schon mal. Aber vorher noch? Ja. Ich hab noch ein Stück probiert. Und in dem Moment krieg ich den nächsten Schuss ab. Ich glaub ich hätte die Schokolade echt nicht essen sollen. Ja. 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 Er hat den Nukelaut rein in der Hand gehabt. Oh scheiße. Es gibt ja zwei. Ja. Und der Detective ist auch tot. Ja. Und Partizid auf mich. Ja. Ich vertraue niemandem. Okay. Ja. 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 Warte warte ich hab wirklich einen Newton Launcher von Light aufgenommen ne? Das kann man nehmen. Warte mal wenn Light den... Light ist ja gestorben und der hat den Newton Launcher und ich hab ihn jetzt aufgenommen. Also ihr könnt mich ruhig killen, hier, Elemental, du kannst mich jetzt ruhig killen, um zu gucken, ob ich Dinge ins bin. Was für eine Waffe hatte Light denn? So einen Newton-Launcher und den hab ich jetzt aufgehoben. Aber wenn der Typ da getötet wurde, könnte es ja auch seines Atem ihn erschossen haben. Da unten läuft grad... Also ich hab auf jeden Fall Light erschossen und... Vielleicht hat Light ihn ja gar nicht getötet. Warte, da ist jemand, da ist jemand, ich weiß nicht wer... Paddy ist da, Paddy ist da. Da unten läuft grad noch mal... Ja, das verdächtige Atem. Ja, weil ich ja noch guck, weil hier die Tür aufmaß. Ja, aber es könnte auch Elemental sein, weil der gefällt mir grad nicht so. Elemental? Ja, was? Bist du Traitor? Ne, ich war grad nur kurz aufgang. Ja, ja gut, okay. So lange du kein Traitor bist. Der Traitor hat sich längst erschossen. Wir sind ja da. Lebst du noch? Ja, 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 ich leb noch. Und da ist Toe, äh, Y.A.S. Wow, ich werd beschossen. Paddy? Von Toe, Toe, du hast auf mich geschossen, oder? Nein, ich hab mich auf dich geschossen. Du hättest dann so... Ey, warum hab ich nur ein Damage kommen? Ich muss jetzt auch auf, ne? Okay, tschüss. Also Dummheit, auch User disconnected from your channel. Vielleicht bin ich auch einfach nur durch Dummheit gestorben. Ich kann, ich kann versuchen, jetzt Royal Ace hier weg zu mit Newton, mit dem Newton-Launcher, aber... Weiß ich jetzt nicht. Es könnte Royal sein, äh Royal mein ich, oder es könnte Paddy sein. Ist natürlich ne Möglichkeit. Oder Atem, Atem? Ja. Okay. Nein, nein, oh mein Gott, ich bin, oh mein, oh, ich bin so behindert. Ah. 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 Was passiert? Wer baut denn so nen Cut-Vorsprung, der dann auf einmal zu Ende ist? Anstatt du also... Das ist ne Konstruktion, ey. Ey, warte, komm mal mit. Warte, äh... Hier Elemente. Jo. Komm mal mit. Tore dir immer noch nicht Toast. Ja, hier, ich nehm Kaube. Und da hinten ist noch Atem, der grad näher kommt. Atem, komm mal mit. Wir machen mit dir jetzt nen Traitor-Test, okay? Ähm... Auf den Knopf, da... Nee, 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 nee. Okay, gut, okay. Warte, also ich kann... Komm mal mit, komm mal mit, damit du mir vertraust, komm. Am Ende, ich weiß, was der Knopf macht. Da ist Royal Ace hinter mir. Am Ende Bugs und du stützt trotzdem alles zusammen. Elementeck, drück mal bitte den Knopf da. Welchen? Das ist ein Traitor-Test. Da, da ist er, er ist an der Wand. Den da hinten, diesen mit dem roten Pfeil. Ja. Geht noch. Dann ist es Royal. Royal, Royal oder Atem. Vielleicht, das hast du ja auch, weil du mich die ganze Zeit beschuldigst. Guck mal, ich kann auch da hingehen, den Knopf drücken, bitteschön. Boah, weiß ich, was du wirklich die Tasse E drückst. Junge, soll ich da drauf hämmern? Ja. Jetzt komm. Jetzt Royal, geh da hin. Oder Atem. Atem, einer von euch. Er ist schon wieder weg. Atem, wenn du es nicht bist, kannst du da ruhig hingehen. Dann haben wir ja nur noch Royal. Atem, wenn du es nicht bist, kannst du Royal töten. Und wenn Royal es nicht ist, kann er Atem töten. Also auf Deutsch bringt euch gegenseitig um und wenn einer von euch ist, dann nicht Atem. Also ich vertraue, ich vertraue Atem. Dann ist, äh, dann ist Royal. Royal ist. Den hier. Da da. Hä? Okay, dann hat einer von euch beschissen. Au! Ich, ja du läufst weg, das ist, äh... Deswegen beschießt man mich doch nicht gleich. Ja gut, okay. Also, ich vertraue dir nicht. Äh, offen. Ähm. Mann. Also, nee, ich geh lieber vom Haus weg. Also, Royal A steht hier auf dem Dach. Ja. Elemente weg. Jo. Und... Patty? 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 Ach nee, der ist doch runtergefallen. Ja. Ja, ja, der ist... Höhöhöhöh. Wunderschlecht. Also, ich bin auf jeden Fall nicht. Oh, das ist Toast. Der einzige, der zu dumm ist, ähm, auf dem Turm zu stehen. Sondern lieber runterfällt. Warte mal. Na, die geh'n nicht kaputt. Aber wenigstens kann man nicht mehr durch. Nein, ich hasse dich. Arte, ich wusste, dass es Arte bist. Ja. Oh Gott. Fuck. Das Haus stürzt ein, what the fuck. Alter. Okay, wer war's? Mann, 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 Mann. Ja, ich war's. Ich hab mich daraus teleportiert. Ich hatte so einen guten Plan, was passiert. Ja, du bist gestorben. Ja, weil ich einfach nicht getroffen hab. Wo ist eigentlich die Airbus-Map da oben? Airbus? Das war so geil. Das hätte mir eigentlich gleich einfallen können, wenn alle auf der Insel stehen. Ach, Mann. Marker, stellst du mich raus teleportiert. Ich hab vergessen, dass du dich hier porten kannst. Aber das war nice noch rettet. Jetzt weiß man auch, warum man den Knopf drücken sollte. Also als Traitor. Man kann sich ja noch rausporten. Aber ich wollte einen runterschubsen und dann selbst runterspringen, den Fallschaden kassieren und sagen, ja, ich wurde selbst vom Newtonlaunt abgeschossen. Dann warst du erst, der da oben gewesen ist. Ich hab dich schon gesehen. Das war eben dein Problem. Ja, ich bin außerhalb der Map. So, die Airbus-Map. Ich stack hier oben. Ich stack außerhalb der Map. Ich bin ein Sniper. Ich hab 800 Punkte. Ich stack fest. Ich mach mir kurz einen Spektate-Mode und dann guckt ihr heute mal raus. Ich häng hier. Ucker.